Die Menschen werden am besten bezahlt, die am schnellsten Entscheidungen treffen können. Bleiben also die harten Entscheidungen. Das sind die, wo du mindestens zwei Möglichkeiten hast, die aber, und deswegen ist es so hart, unfassbar gleichwertig sind. Die scheinen beide cool zu sein oder beide sehr, sehr schwer zu sein. Und deswegen ist es echt problematisch, eine Entscheidung zu treffen. Es kann auch sein, dass du sagst, bei beiden könnte ich große Nachteile haben, wenn ich das eine oder das andere mache. Und beide Nachteile könnten ganz unterschiedlich sein. Jedenfalls, du verstehst, eine echt harte Entscheidung. Auch hier habe ich drei Entscheidungshilfen und dafür lasse ich mir etwas Zeit. Die erste Entscheidungsmöglichkeit ist, dass ich mir überlege, was sind die Opportunity Costs. Also, was verliere ich, wenn ich es nicht tue? Und was könnte ich gewinnen, wenn ich es täte? Klingt jetzt ein bisschen verwurschtelt, aber was ich meine ist, was entgeht mir, wenn ich es nicht mache? Und auf der anderen Seite überlege ich mir aber auch, was entgeht mir, wenn ich es mache? Denn wenn ich etwas Bestimmtes mache, kann ich etwas anderes nicht tun. Und das versuche ich jetzt abzuwägen. Du merkst schon, während ich rede, das ist echt schwer zu begreifen und ganz schwer im Kopf zu machen. Deswegen mache ich dafür ein Adenauer-Kreuz. Das ist ganz einfach. Ich male ein Kreuz. Auf der einen Seite mache ich ein Minus hin, auf der anderen Seite ein Plus. Und unter das Minus schreibe ich alle Nachteile, die ich hätte, weil ich diese Entscheidung treffe. Und auf der Plusseite alle Vorteile, die ich hätte, wenn ich das mache. Und dann nehme ich mir ein anderes Blatt, mache wieder das Kreuz, schreibe wieder bei der anderen Wahlmöglichkeit, die ich habe, die andere Alternative, alle negativen Dinge auf, die sich ergeben könnten, wenn ich es mache und alle positiven, wenn ich es mache. Ich musste zum Beispiel überlegen, wo bringe ich mein Buch raus. Das letzte Buch, das ich geschrieben habe, ich kann das. Mein Verlag, DTV, hat es abgelehnt, dieses Buch zu veröffentlichen, wenn ich eine Geschichte schreiben würde. Jetzt bin ich bei denen seit Jahren, vielen Jahren, über 20 Jahre erfolgreicher Autor. Das war echt komisch, die Situation. Ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen Verlag haben. Und die haben gesagt, nein, wenn sie ein Sachbuch schreiben, machen wir es gerne, aber eine Geschichte nicht. Man kennt sie nicht als Geschichtsonkel. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe einige Millionen Bücher verkauft, die Geschichten sind. Ein Hund namens Manni, Kira und der Kern des Donuts, viele Millionen. Naja, jedenfalls hätte ich gerne weiter mit dem Verlag zusammengearbeitet. Aber sie hätten mich tatsächlich zwingen wollen, ein Sachbuch zu schreiben. Und jetzt habe ich mir genau aufgeschrieben, welche Vor- und Nachteile würde ich haben. Und ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, ich muss mir treu bleiben. Der größte Nachteil, den ich hätte, wäre tatsächlich, ein Buch zu schreiben, das ich gar nicht schreiben will. Ich wollte kein Sachbuch darüber schreiben, über Selbstbewusstsein. Ich wollte eine Geschichte schreiben. Also habe ich mich dann im Ergebnis doch entschieden, eine Geschichte zu schreiben. Habe das Manuskript trotzdem Verlag geschickt. Der Verlag hat es durchgelesen, beziehungsweise der Verlagsleiter und hat seine Meinung geändert. War völlig überwältigt. Ist natürlich dann auch eine schöne Geschichte. Das erste ist also, dass du dir deine Opportunity-Kost genau aufschreibst in einem Adenauer-Kreuz. Dann kannst du gewissermaßen wissenschaftlich für dich festlegen, was für dich die richtige Entscheidung ist. Du wirst es dann sehen, wenn du die unterschiedlichen Punkte von Plus und Minus gewichtest. Du hast also die negativen, positiven Dinge aufgeschrieben. Und jetzt von all dem, was du aufgeschrieben hast, legst du fest, wie wichtig ist das auf einer Skala von 1 bis 10. Machst also bei jedem Punkt, den du notierst hast, gibst du dir eine Bewertung, wie wichtig das ist. Und jetzt zählst du einfach die Punkte zusammen. Dann hast du ein mathematisches Ergebnis. Ist viel Arbeit, wollen wir nicht oft machen, aber bei schweren Entscheidungen viel besser als ewig zu grübeln. Kommen wir zur zweiten Hilfe für harte Entscheidungen. Das ist, dass du weise Freunde fragst. Dass du dir also die Zeit nimmst, ihnen genau zu erklären, was die beiden Wahlmöglichkeiten sind. Übrigens. Das kannst du nicht so oft machen. Das wirst du wirklich nur dann machen, wenn du sehr harte Entscheidungen zu treffen hast. Also das mit den Büchern. Bis ich das einem Freund erklärt habe, brauche ich anderthalb Stunden. Du wirst also nicht deine besten Freunde anrufen und sagen, hör mal, ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich Spaghetti oder Pizza essen soll. Aber bei harten Entscheidungen werden sie dir gerne zuhören. Und jetzt hast du zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, während du die beiden oder die drei Möglichkeiten der Wahl beschreibst, während du redest, bekommst du selber ein gutes Gefühl, was du im Moment präferierst. Und der zweite Vorteil, du bekommst das Feedback von deinen Freunden. Mach es und es wird dir sehr helfen. Ich frage zum Beispiel bei schwierigen Entscheidungen immer meine Frau. Super Ratgeber in meinem Leben und ihre Ratschläge sind unfassbar wichtig. Es hilft mir, während ich es erkläre und ihre Meinung ist mir ebenso unfassbar wichtig. Dritter Tipp bei harten Entscheidungen ist dein innerer Beraterkreis. Das klingt jetzt komisch, aber du wirst dich wundern, wie sehr es dir hilft, wenn du das tust, was wir jetzt miteinander besprechen. Hier ist mein innerer Beraterkreis. Das stelle ich mir vor. Da sitzen so mehrere Menschen an einem Tisch, die ich persönlich entweder gut kenne oder die ich auch nie kennengelernt habe, weil sie lange tot sind, aber ich habe viel über sie gelesen. So ist in meinem inneren Beraterkreis, diesem Kreis, von dem ich mir einbilde, dass ich diesen Beraterkreis habe, zum Beispiel Kaiser Marc Aurel, 2000 Jahre tot. Ich habe alles von ihm verschlungen, was ich finden konnte. Und da sitzt auch Mahatma Gandhi. Den habe ich auch nie kennengelernt, aber ich habe sehr viel über ihn gelesen. Und jetzt stelle ich mir vor, diese fünf oder sechs Personen, die in meinem Beraterkreis sind, was würde jeder von denen mir jetzt in diesem Fall raten? Wenn ich sie persönlich kenne oder sehr viel über sie gelesen habe, dann weiß ich ziemlich genau, welchen Ratschlag sie mir geben würden. Und dann bekomme ich ganz unterschiedliche Aspekte. Klar, Marc Aurel war Stoiker, unfassbar weiser Mann, der sein Leben so gut im Griff hatte, wie sonst wohl niemand, der auf diesem Planet gelebt hat. Und sein Rat für mich ist nicht immer umsetzbar, weil es so eine Art Ideal, aber trotzdem würde er mich beeinflussen. Ähnliches gilt für Mahatma Gandhi. Auch der ist so weit weg von mir als friedvoller, gleichzeitig konsequenter, ja heiliger Mensch. Aber sein Rat wäre unfassbar weise. Und auch das würde mich beeinflussen. Und da habe ich auch ein paar Pragmatiker da sitzen, unter ihnen Top-Unternehmer. Und dieser Kreis von diesen eingebildeten Personen, die ich nicht wirklich befrage, sondern nur so in meinem Inneren mir vorstelle, die geben mir unfassbar gute Ratschläge. Noch mal, nichts davon findet in der Realität statt. Denk mir das alles nur aus. Aber ich sage dir, unterschätze deine innere Weisheit nicht. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen. Das wirst du natürlich auch wieder nicht bei kleinen Entscheidungen machen, welche Schuhe du heute anziehst. Dann stelle ich mir nur vor, dass Marc Aurel da so ein bisschen schmunzeln würde und sich einfach umdrehen würde. Aber bei wirklich wichtigen Dingen, ob du dich zum Beispiel von einem Partner trennen sollst, ob du ein neues Geschäft aufmachen sollst, ob du eine neue Firma gründen sollst, dann wäre es schon gut, dass du dich ruhig mal ein oder zwei Stunden hinsetzt und in deinem Geist mit jedem Einzelnen deiner vorgestellten Berater sprichst. Mach ein paar Notizen, schau dir an, was der Einzelne sagen würde und du wirst vielleicht überrascht sein, wie viele Personen du sehr gut verstehst. Zum anderen wirst du dich wundern, wie viele unterschiedliche Ströme der Weisheit in dir schlummern. Natürlich kannst du diese Übung umso besser machen, je mehr du gelesen hast über weise Menschen und je mehr weise Menschen du kennst. Es kann auch wieder ein Anreiz sein zu sagen, ja, ich will mehr Biografien lesen. Ich will den einen oder anderen spannenden, weisen Menschen kennenlernen. Ich habe noch einen letzten Tipp für dich. Nenne es vielleicht nicht unbedingt Entscheidung in der Wortwahl, sondern nenne es Wahl. Entscheidung hat damit zu tun, dass wir uns von etwas trennen müssen, scheiden müssen. Entscheidung. Und natürlich ist das Wesen einer Entscheidung deshalb ein Trennen. Aber mir gefällt das Weltbild noch mehr, wenn ich sage, dass ich Wahlmöglichkeiten habe. Ich kann das eine wählen. Natürlich weiß ich, wenn ich eins wähle, habe ich das andere nicht gewählt. Aber Wahl und Möglichkeiten ist für mich vom Wort her schon ein viel freundlicheres Weltbild. Was kannst du jetzt mit diesem Video machen? Wenn du wirklich damit arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir, dass du die Möglichkeiten aufschreibst, die wir besprochen haben. Wie du leichte Entscheidungen treffen kannst. Die drei Möglichkeiten, die dir helfen, mittelschwere Entscheidungen zu treffen. Und die drei Möglichkeiten, die dir helfen, eine sehr schwere Entscheidung zu treffen. Schreib dir die Möglichkeiten auf und überleg dir, welche Entscheidung du gerade treffen musst oder treffen könntest oder solltest. Und dann überlege, welche Hilfe du nutzt. Vielleicht brauchst du nur eine einzige von diesen Hilfen. Und schon weißt du ziemlich genau, was du tun solltest. Es ist ein bisschen so wie beim Sport. So wie wir Körpermuskel trainieren können, können wir unseren Entscheidungsmuskel trainieren. Und so wie wir das im Sport mit unterschiedlichen Übungen und Geräten tun können, haben wir hier auch unterschiedliche Möglichkeiten. Weißt du, die Menschen werden am besten bezahlt, die am schnellsten Entscheidungen treffen können. Und die am besten mit Problemen umgehen können. Und erstaunlicherweise hängt das auch wieder zusammen, das eine mit dem anderen. Die Menschen können am besten Probleme lösen, die in der Lage sind, schnelle Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um Erfüllung. Auch darum, wie effektiv du anderen helfen kannst. Und auch darum, wie stolz du auf dich selber bist und welches Lebensgefühl du hast. Ich empfehle dir, trainiere Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Video hast du meine besten Tipps. Ich wünsche dir, dass du einen wirklich starken Entscheidungsmuskel trainierst, dir antrainierst. Er wird darüber entscheiden, wie sehr dein Leben ein Meisterwerk wird.